Was ist die Sotbrennen? Was ist die Sotbrennen? Sotbrennen ist eine Volkskrankheit. Je nachdem, wie eng man die Definition fasst, kann es durchaus sein, dass man sagt, 20 Prozent der Bevölkerung hat ein Sotbrennen. Das eng oder weit hängt damit ab, ob man sagt, jemand hat Sotbrennen, wenn er das einmal im Monat hat oder wenn er das einmal die Woche oder einmal am Tag hat. Je nachdem, wie man die Definition fasst, bekommt man natürlich unterschiedliche Zahlen, aber es ist eine sehr häufige Situation. Es ist so, dass, wenn wir essen und trinken, die Nahrung in den Mund aufgenommen wird und dann geschluckt wird. Wenn wir schlucken, dann bewegt sich die Nahrung oder die Flüssigkeit durch die Speiseröhre nach unten in den Magen. Das sind so etwa 20-25 Zentimeter, die da zu überbrücken sind. Und dieses Schlucken soll idealerweise problemlos vorangehen, ohne dass die Nahrung stecken bleibt. Deswegen muss die Speiseröhre gut offen sein, damit das gut nach unten geht. Wenn jetzt aber die Nahrung im Magen ist, dann soll sie möglichst nicht wieder zurück in die Speiseröhre gehen. Das heißt, was benötigt wird, ist eine Art Ventilmechanismus. Und diesen Ventilmechanismus hat die Natur so eingerichtet, dass durch das Zwerchfell, was am unteren Ende des Oesophagus liegt und durch die Muskulatur des Oesophagus, der Speiseröhre, da eine Art Ventilmechanismus eingebaut ist. Jetzt hat das Ventil aber zum einen die Aufgabe, nichts nach oben kommen zu lassen und zum anderen die Aufgabe, dass was von oben kommt, gut durchkommen zu lassen. Und wie immer im Leben, wenn man einen Kompromiss macht, dann muss man hier auch machen, dann hat die Natur machen müssen, gibt es an der einen oder anderen Stelle mal Probleme. Und jetzt gibt es Menschen, die haben hier einen etwas engeren Mageneingang, untere Speiseröhre, und manche haben einen etwas weiteren. Und wenn man zu denen gehört, wo das Ganze etwas weitergestellt ist, dann kann es sein, dass ein Reflux auftritt, der dann wiederum befördert wird durch andere Dinge, durch einen erhöhten Druck im Magen, durch enge Kleidungen, durch Übergewicht, durch Pressen oder durch die Schwerkraft. Wenn man liegt, dann kriegt man eher einen Reflux, als wenn man steht, weil die Schwerkraft dann die Nahrung nach unten... Also so gibt es verschiedene Faktoren, zum einen von der Speiseröhre und zum anderen vom Magen her, die dazu führen können, dass man einen Reflux bekommt. Auch da ist es nicht so, dass es ein Chemo-AF gibt, nachdem alle die gleichen Beschwerden haben. Das wäre zu schön und zu einfach für die Ärzte. Es gibt Patienten, die haben das klassische Sodbrennen, also ein Brennen hier hinter dem Brustbein. Es gibt Patienten, die haben einfach nur ein Druckgefühl, oder im Oberbauch auch, es kann ein bisschen tiefer liegen. Andere wiederum haben diesen klassischen Reflux, die merken, dass was hochkommt. Und wie Sie gerade angesprochen haben, es gibt auch zum Glück nicht sehr viele, aber manche Patienten, wo durch diesen Reflux, eventuell Reflux, auch in die Luftfeuer kommen, wo dann ein Husten oder Asthma oder auch an den Stimmbändern Probleme entstehen können. Oder manchmal sogar geht es noch weiter, das ist nicht sehr häufig, dass Zahnschäden auftreten können, wenn es sehr viel Reflux ist und Säure in den Mund kommt nachts. Also prinzipiell sagt man, wenn jemand Sodbrennen hat, sollte man zunächst einmal die auslösenden Faktoren, also die Ursache anschauen. Die Anatomie können Sie primär nicht verändern, das ist dann der chirurgische Part. Aber Sie können natürlich schauen, man muss nicht unbedingt eine halbe Stunde, bevor man sich nachts hinlegt, nochmal eine große Mahlzeit zu sich nehmen. Wenn dann nämlich der Magen prall gefüllt ist und man sich hinlegt und die Schwerkraft nicht mehr helfen kann, dann löst man den Reflux aus. Es gibt auch andere Säurelocker, Alkoholsüßigkeiten, die da entsprechend wirken können. Also eher kleinere Mahlzeiten, nicht zu spät vor dem Schlafen gehen, enge Kleidung vermeiden, Dinge, wo man stark pressen muss, wenn man Übergewicht hat, abnehmen. Das sind Dinge, die man zuerst machen kann, die auch ursächlich wirken. Wenn das nicht funktioniert, um jetzt auf Ihren Vorschlag zu kommen, kann man natürlich Medikamente nehmen und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ganz klassisch und am ältesten bekannt sind Medikamente, die chemisch wirken, die einfach die Säure neutralisieren. Natriumhydrogencarbonat beispielsweise kann da genommen werden oder eine ganze Reihe von verschiedenen Medikamenten, die auf dieser säureneutralisierenden, auf diesem Mechanismus basieren. Die haben den Vorteil, dass sie relativ schnell wirken, weil sie die Säure neutralisieren, haben aber den Nachteil, dass sie relativ kurz wirken, weil wenn die Säure neutralisiert ist, dann dauert das eine Weile, der Magen produziert neue Säure und dann geht es wieder von vorne los. Das sind die ältesten Medikamente, die man auch problemlos in der Apotheke bekommen kann. Wenn man das gelegentlich hat, drei-, viermal im Jahr, dann ist es sicherlich okay, das auch so zu behandeln. Wenn man mehr Beschwerden hat, dann gibt es andere Medikamente von der Historie her, sogenannte Histaminblocker, die man heute nicht mehr so häufig geht. Heute werden vor allem Protonenpumpeninhibitoren, sogenannte PPIs gegeben, von denen es auch drei, vier verschiedene in Deutschland auf dem Markt gibt, die mittlerweile in der niedrigen Dosis auch ohne Rezept schon in der Apotheke erhältlich sind. Diese hemmen die Säurebildung im Magen, indem sie direkt in der Magenschleimhaut wirken. Das braucht ein bisschen länger, die wirken aber bis zu drei Tage lang. Das heißt, man hat einen sehr längeren Wirkmechanismus und die wirken jetzt im Vergleich zu den klassischen alten Medikamenten deutlich stärker. Das heißt, wenn man wirklich bei einem Patienten, der eine Speiseröhrenentzündung hat, diese Säure dauerhaft unterdrücken will, dann führt in aller Regel kein Weg an so einem Protonenpumpeninhibitor vorbei. Jede Medikation kann jedes Medikament Nebenwirkungen machen. Es gibt Menschen, die einfach bestimmte Medikamente nicht vertragen, die Kopfschmerzen, Übelkeit oder Durchfall oder sonst irgendwas bekommen. Glücklicherweise ist das eher selten, aber für die, die es zutrifft, ist es natürlich sehr ärgerlich. Da kann man versuchen, von einem Präparat auf das andere zu wechseln, weil nicht unbedingt immer alle Präparate die gleiche Wirkung oder Nebenwirkungen in dem Fall haben. Oder man geht dann vielleicht doch auf den H2-Blocker, die etwas ältere Generation, zurück. Ansonsten sind die Medikamente relativ gut verträglich. Das sind Medikamente, die viele hundert Millionen Mal genommen werden auf der ganzen Welt. Und auch in den meisten Fällen, wenn sie nötig sind, langjährig genommen werden können. Natürlich wird auch hier immer zu beachten sein, so wenig wie möglich und so viel wie nötig. Man sollte es nicht unkritisch geben. Und man kann durchaus auch mal versuchen, das Medikament wieder abzusetzen, wenn keine Beschwerden mehr da sind. Oft kommen dann aber die Beschwerden wieder. Also der Gastroenterologe wird, nachdem er mit dem Patienten gesprochen hat, also die Anamnese gemacht hat, insbesondere die Hauptuntersuchung an eine Gastroskopie, die eine Magendünndarmspiegelung machen mit Speiseröhrenspiegelung dazu. Um da zu untersuchen, was vorliegt. Weil, wie ich ja vorhin sagte, die Beschwerden sind nicht immer ganz gleich. Es kommen Patienten mit verschiedenen Beschwerden und die können trotz verschiedener Beschwerden alle einen Reflux haben. Die können aber auch eine andere Krankheit haben. Die könnten auch eine Magenschleimordentzündung, eine Gastritis haben oder ein Magengeschwür. Oder sie können auch eine Beweglichkeitsstörung der Speiseröhre haben oder eine allergische Reaktion der Speiseröhre. Also es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Krankheiten. Die meisten sind nicht so häufig wie die Refluxkrankheit. Also oft kommt dann doch die Refluxkrankheit als Ergebnis raus. Aber gelegentlich finden wir doch etwas anderes. Und dann ist es natürlich nicht gut, wenn man jetzt zehn Jahre lang auch die falsche Krankheit behandelt. Dann ist es doch manchmal besser, eine Magenspiegelung zu machen, um festzustellen, was liegt wirklich genau vor. Also es ist so, wir sprechen jetzt davon, dass wir den Reflux messen, also wir messen, ob Säure aus dem Magen in die Speiseröhre zurückläuft. Nicht indem wir jetzt reinschauen, sondern indem wir tatsächlich den pH-Wert messen in Magen und in der Speiseröhre, vor allem in der Speiseröhre. Und die klassische Methode ist die, dass man über die Nase eine dünne Sonde einführt, die klassischerweise zwei Sensoren hat, die den pH misst, also ein pH-Messgerät ist im Prinzip, eine im Magen und eine in der unteren Speiseröhre. Und das bleibt 24 Stunden drin. Und also der Patient nimmt das mit nach Hause, bringt es am nächsten Tag wieder und dann zeichnet dieses Gerät über 24 Stunden den pH-Wert in der Speiseröhre auf. Und dann sehen wir, ob der pH-Wert normal ist oder ob der sauer wird. Und normal ist, dass der so bis vielleicht vier Prozent am Tag sauer wird. Also ich habe Ihnen ja gesagt, Kompromiss, Natur. Ein bisschen Reflux hat jeder Mensch. Aber wenn das diese Grenze überschreitet, dann spricht man von einem krankhaften, einem pathologischen Reflux. Und den können wir mit dieser Sonde messen über 24 Stunden und damit den sauren Reflux nachweisen. Das ist ein bisschen unangenehm, wenn man halt diese 24 Stunden dann so einen dünnen Draht aus der Nase hängen hat, der in so ein kleines Aufzeichnungsgerät geht. Kann man aber machen. Es gibt eine Alternative. Das ist ein Gerät, was ebenfalls die Säure messen kann, aber drahtlos die Information überträgt. Also es ist eine kleine, keine Kapsel, es ist ein kleiner Apparat, den wir in die Speiseröhre hineinbringen und dann mit einer Nadel, die an dem Apparat befestet ist, in die Speiseröhrenwand hineinstechen und damit befestigen. Das ist wie ein inneres Piercing oder wie so ein Ohrring, den man festmacht, aber eben an der Speiseröhrenwand. Und dieser Apparat kann zwei Tage, 48 Stunden lang messen. Das liegt an der Batteriekapazität, aber man hat damit die Möglichkeit zum Beispiel einen Tag ohne Medikament und einen Tag mit Medikamenten zu messen. Ist ein bisschen komfortabler von daher. Also man kann auch da alles machen. Ja, ich habe mal einen Patienten getroffen, der war gerade beim Fahrradfahren und der mich so eine Sonde eingebaut hatte. Und er sagte Hallo. Am Samstag dann unterwegs. Was natürlich auch die Real-Life-Bedingungen dann widerspiegelt. Hat so ein bisschen das Problem, das kostet, glaube ich, so um die 150 Euro, was die Krankenkassen, die Privaten bezahlen, aber die gesetzlichen nicht unbedingt bezahlen. Wie ich schon vorhin sagte, es gibt verschiedene Krankheiten. Und es kann natürlich auch sein, dass dieser Reflux, der ja die Speiseröhrenschleimhaut schädigt, durch diese chronische Schädigung in der Speiseröhrenschleimhaut eine Umwandlung auslöst. Die erste Form dieser Umwandlung ist nach dem ursprünglichen Beschreiber einem Herrn Barrett als Barrett-Ösophagus bezeichnet. Das haben relativ viele Patienten mit Reflux. Und dieser Barrett kann, wenn er lange Zeit besteht und die Krankheit nicht gut eingestellt ist, dann Auffälligkeiten aufweisen. Sogenannte Dysplasien oder intrapetiliale Neoplasien. Das ist das Gleiche, aber das ist so eine Fachbezeichnung dafür. Und die können niedriggradig sein und hochgradig. Und Sie sehen, das sind mehrere Schritte. Und irgendwann kann es dann zu einem Krebs kommen. Was mir ganz wichtig ist, das ist selten. Also ich möchte jetzt nicht allen Angst einjagen, die eine Reflux-Krankheit haben oder vielleicht auch einen Barrett haben. Die meisten von denen werden nie einen Speiseröhrenkrebs bekommen. Es ist ein bisschen erhöhtes Risiko, das muss man schon sagen, je nachdem wie lang der Barrett auch ist. Aber deswegen kontrollieren wir das auch. Das heißt, wenn wir so eine Barrett-Schleimhaut finden, dann machen wir einmal innerhalb eines Jahres eine Kontrolle, so sagt es die aktuelle Leitlinie, und danach in größeren Abständen, zum Beispiel alle drei Jahre oder alle fünf Jahre, um einfach zu sehen, ob da eine Entwicklung ist Richtung Karzinom. Man kann den Barrett entfernen. Technisch ist es möglich. Es ist nicht immer sinnvoll, weil nicht alles, was technisch möglich ist, sinnvoll ist. Also ein einfacher Barrett ohne solche Dysplasien wird nicht empfohlen, ihn zu entfernen. Weil das Risiko größer ist der Nebenwirkungen als das hilft, weil das Risiko für den Krebs, wie ich es gerade sagte, sehr niedrig ist. Wenn Sie aber so einen Barrett haben mit Dysplasien, dann kann man ihn endoskopisch entfernen. Der Chirurg kommt eigentlich sekundär ins Spiel. Es sind in aller Regel in unserem Refluxzentrum entweder Patienten, die direkt über Medien, über Internet auf unsere Sprechstunde aufmerksam werden, dann vorstellig werden, weil sie entweder mit den sogenannten PPIs oder anderen Medikamenten unzufrieden sind, aufgeschreckt sind durch die Presse, wo viele Nebenwirkungen für diese Medikamente ja publiziert werden. Boris Anus hatte das ja gerade schon relativiert und das tue ich auch in der Sprechstunde. Nehme also den Patienten mal vorwiegend die Angst, weil es gibt viele Patienten, die mit den Medikamenten tatsächlich sehr gut eingestellt sind, beschwerdefrei sind. Und dann darf man nicht vergessen, dass die Chirurgie, die Operation ja auch nicht nebenwirkungsarm oder nebenwirkungslos ist, also auch Komplikationen haben kann. Das heißt, wir beraten auch viele Patienten, nehmen ihnen die Angst und die gehen wieder zufrieden nach Hause und sagen, ich bin zufrieden und nehme die Medikamente weiter. Und dann gibt es aber die Patienten, die sind unzufrieden tatsächlich, weil sie mal profitiert haben von diesen Medikamenten, aber dann über die Zeit auch nach Wechsel der Präparate, was Professor Anus ja auch erwähnte, dass man dann verschiedene Präparate ausprobieren kann, in die Frustration kommen, sagen, mir hilft nichts mehr und sind dann am Ende des Weges. Vielleicht dann auch noch Gastroenterologen aufgesucht haben. Der Gastroenterologe beschreibt eine Röflux-Ösophagitis, also eine Entzündung der Speiseröhre. Und dann ist es so, dass die Patienten tatsächlich dann auch von mir geschickt werden, wieder in die Gastrologie, in unser Funktionslabor, was wir hier im Haus haben, zu der pH-Metrie, also entweder der herkömmlichen klassischen pH-Metrie über 24 Stunden oder aber mit dieser Kapsel, die über 48 Stunden messen kann. Und dann natürlich auch die High-Resolution-Manometrie, die für uns sehr, sehr wichtig ist, insbesondere im Hinblick auf die Planung einer etwaige möglichen Operation, weil für uns wichtig ist zu verstehen, wie funktioniert und arbeitet die Speiseröhre, weil es gibt ja verschiedene Operationsverfahren. Und ich muss wissen, funktioniert die Speiseröhre so, dass der Speisebolus, der vorhin auch schon beschrieben wurde, der wird nach unten transportiert, in diesen Muskelschlauch Speiseröhre, wird nach unten gedrückt. Und da gibt es, sagen wir mal, so wie Menschen alle unterschiedlich sind, ist auch die Speiseröhre nicht gleich bei allen Menschen. Da gibt es die Menschen, die eine etwas kräftigere Speiseröhre haben, die also mit viel Kraft die Speise nach unten drücken können, über dieses Ventil hinüber. Und es gibt Menschen, die haben eine eher sehr schwache Speiseröhre, wo der Muskel offenbar nicht so gut ausgeprägt ist. Und deshalb, diese Messungen machen wir. Und wenn wir diese Messungen haben, dann haben wir, sag ich mal, diese Zusammenarbeit, indem wir eben die Magenspiegelung haben, die pH-Messung und auch die Manometrie und verstehen dann, sind die Symptome, die der Patient mit Reflux in Einklang bringt, sind die überhaupt Reflux oder steckt vielleicht eine andere Erkrankung dahinter? Sie ist auch schon angeklungen, es gibt andere Entzündungen der Speiseröhre, Eosinophile, Oesophagitis oder eine Achalasie, das sind Mutilitätsstörungen. Auch die können mal ähnliche Symptome machen. Aber wenn wir dann sagen, es ist die klassische Reflux-Erkrankung mit diesen, sag ich mal, über 4% Reflux-Episoden nachgewiesen in der pH-Metrie und wir sehen dann in der Manometrie noch dazu, dass der untere Schließmuskel dieses Ventils schwach ist, dem also nicht viel entgegensetzen kann, dass die Säure wieder aus dem Magen aufsteigen kann und dann haben wir die Reflux-Krankheit bewiesen. Dann ist die Frage, wie machen wir weiter? Dann gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit, Medikamente, die der Patient vielleicht noch nicht eingenommen hat, auszuprobieren oder aber dann verschiedene operative Verfahren vorzustellen. Jetzt gibt es seit über 60 Jahren die klassischen Operationsverfahren, die wir alle gut kennen, die in vielen Studien untersucht sind. Das ist die Reparatur des Zweigfallbruches. Und das ist natürlich auch die Domäne der Chirurgie. Viele Patienten, die unter Reflux leiden, haben auch einen, sag ich mal, einen Zweigfallbruch, die sogenannte Hiatus-Herrnie. Und die kann man natürlich nur chirurgisch reparieren. Die lässt sich nicht endoskopisch reparieren. Die kann man auch mit Medikamenten nicht beeinflussen. Also das muss repariert werden. Und da wird die Speiseröhre während der Operation kalibriert mit einem entsprechend durchmessenden Magenschlauch, den man von oben einführt in die Speiseröhre, um dann die Zweifelmuskulatur wieder der Speiseröhre eng anzulegen. Aber eben auch nicht zu eng, um keine Schluckstörungen zu erzeugen. Das ist immer der erste Schritt der Operation. Und im zweiten Schritt muss man dann etwas tun, was gegen den Reflux hilft. Und da hatte der Herr Nissen seine Fundoplikat, also die Magenmanschette, wo man den Fundus um sich herum schlägt, um 360 Grad vorne vernäht entwickelt. Dann hat man festgestellt, mit dieser klassischen Fundoplikat, nach Nissen gab es sehr, sehr viele Patienten mit Schluckstörungen. Dann hat man diese Manschette etwas lockerer, etwas weniger breit gemacht. Da hat man gesehen, es gibt weniger Patienten, die Schluckstörungen haben. Und dann später hat man noch die 270-Grad-Manschette entwickelt, die Manschette nach Toupé, die 270 Grad nur rum geht. Beide Manschetten sind in der Refluxkontrolle, das haben viele Studien zeigen können, sehr gut. Es gibt mehr Rezidive des Refluxes bei der Toupé-Manschette und mehr Patienten mit Schluckstörungen bei der Nissen Fundoplikat, also bei der 360-Grad-Manschette, was logisch ist, wenn man sich das vor Augen führt. Und weil aber natürlich diese Verfahren, man kennt sie lange und man kennt die Vorzüge, aber eben auch die Nachteile und weiß, dass etwa 25 Prozent der Patienten eben nicht zufrieden sind, weil sie Schluckstörungen haben, weil sie Aufstoßen haben, Blähgefühle haben und dann zwar keinen Reflux mehr haben, aber trotzdem eine nicht gute Lebensqualität. Und da haben sich jetzt in den letzten Jahren andere Verfahren entwickelt, die auf den Markt gekommen sind. Da gibt es zum Beispiel ein Magnetband, was man um den unteren Schließmuskel der Speiseröhre herumlegt, genau ausgemessen, und dann ziehen sich diese Magnetbausteine zusammen, verstärken also dieses Ventil und verhindern das Aufsteigen der Säure, also verhindern den Reflux. Bedingt aber, und deshalb ist zum Beispiel diese Manometrie, diese Druckmessung sehr, sehr wichtig für uns, eine starke Speiseröhre, weil der Speisebolus, der von oben kommt, muss durch eine kräftige Speiseröhre durch diesen Ring hindurchgepresst werden. Dann öffnet sich dieser Magnetring und wenn der Speisebolus durch ist, schließt sich der Magnetring wieder. Sicher ein effektives Verfahren, bedingt aber eben eine gut funktionierende Speiseröhre. Dann gibt es ein weiteres Verfahren, da implantiert man Elektroden an den unteren Schließmuskeln, die ein elektrisches Feld aufbauen. Und die, sag ich mal, wie in einem Langzeittraining diesen Muskel wieder kräftiger werden lassen und dadurch auf lange Sicht dann den Reflux verhindern, weil der Muskel wieder besser funktioniert und die Patienten keinen Reflux haben. Der Vorteil dieser Methode ist sicherlich, dass der Magen in seiner Anatomie auch bleibt, wie er ist, dass keine Barriere geschaffen wird. Das heißt auch Patienten, die einen schwachen Oesophagus, eine schwache Speiseröhre haben, können davon profitieren, weil ich keinen Widerstand aufbaue, sondern ich versuche nur durch dieses elektrische Feld diesen Muskel unten zu kräftigen. Definition Das ist der Fall der Müll. Die